Bei einem Football-Match einer Schulmannschaft im US-Bundesstaat Texas hat ein Quarterback die Gegner mit einem Spielzug veräppelt, mit dem offenbar niemand gerechnet hatte. Nach seinem Touchdown ließ sich Quarterback Jason Garza von seinen Mitspielern feiern, während ein Großteil der Gegner wahrscheinlich immer noch verdutzt an der Mittellinie stand und über diesen genialen Spielzug nachdachte. Die Tür Entweder Staaten Traat 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 Vielen Dank.